Jo, und wir machen gleich die nächste Welt weiter. Wir sehen können, dass das... Ich mag nicht so doll Wasser. Und jetzt müssen wir da rein, müssen wir da rein? Nein, ich will oben bleiben, ich will oben bleiben. Ich will nicht da rein. Ach, ich geh jetzt einfach rein. Look, 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 look. Okay, da sind wir jetzt drin. Ja, sind wir wieder draußen. Wir drücken mal P. Ah. Okay. Okay, gehen wir mal so lang. Wir lassen hier weiter. Okay, dann gehen wir so. Ein Abschluss. Das müssen wir nicht unbedingt, gehen wir einfach mal hier weiter. Get down, yes. Okay, jetzt sind wir, haben schon die Halbzeit erreicht. Ich gucke mal mit einem Fragezeichen, da sind Münzen drin. Ein paar Münzen könnten ja nicht schauen. Gehen wir mal hier lang. Zack. Oh, nee. Mein Gott. Wie fett. Die Fische sind... ...hoffschwimmen. Schafft. Und komm ich da nicht durch. Okay. 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 Schnell, schnell. Plumpsen wir mal hier nach unten. Und da ist auch schon das Ziel. Und wir sind bei der zweiten Welt, haben wir es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich noch schnell dieses Uplevel. Also, ich weiß nicht, wie das... Willkommen bei Totthouse. Ja, ja, ja. Wir gehen mal hier rein. Dann kriegt man... Da ist es so. Nein. Oh, ein Sauberbuch. Ich weiß nicht, wie das ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.